So, Server Räumchen aktivieren oder Generatoren besser gesagt. Wollen wir ja machen. Ja, find ich gut, ja. Einfach klicken jetzt mal in den Nesten rein. Bruder, das ist auch noch Arbeit, ja. So, ich will jede Seele, jede einzelne Familie. So, da haben wir wieder einen. Schöne Sache. Wie eigentlich will ich den Kollegen? Ja, bin ich ja klar. Na, die Arena sieht jetzt schon wunderschön aus, ich freu mich schon. So, jetzt hätten wir auch mal den Licht. Generatoren nummer zwei. Ja, ne, ist klar. Ja, ne, ist klar. Hui! Ja, f*** dich doch! Oh, oh, Mistfeaker! Ne, Chuutage! Ja, ne, 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 ne. Chiaaaah! Ich habe nicht mehr ansehen. Ich habe nicht mehr ansehen, ich bin gerne. Oh, nichts. Ich habe nicht mehr Ansehen, ich habe ihn. So, Generator Nummer 2 aktiviert. Ich bin sowieso einfach verwirrt, wie ich das in uns... ...insgesamt verbinden heute. Aber erstmal... Nicht ganz. Ich will noch den einen großen Leben... Ich will noch einen großen Leben sterben, wenn ich im Notfall eine Rücktrittversicherung habe. Weil die Viecher von eben, diese Echsen-Dinger da, die machen echt ganz schön heftig damage. Unangenehm wirklich. Alter. Bin ich der einzige, der gefällt mir? Also das gefällt mir ganz und gar nicht. Erstmal das Ding, nämlich starten. Und dann 5000 Feinde. ... Hatte Ah, warte mal. Nein! Na ja, hat war Dämmel. Hui! Ich liebe diese Waffe. Diese kleinen Pistinger ist mega geil. Wie komme ich denn da rum? Was ist das denn? Oh Gott. So, war knapp. Oh, leck mich doch. Wow, ja, leck mich du. Ich kenne dir nicht so leid. Jetzt hat Kabel es im Weg. Es stört, stört, stört. So, nehmen wir mal wieder die richtige Waffe ausgerüstet. Das war noch einer. Gibt es Probleme? Nein. Ja, wie richtet ihr denn aus? Ah, ah, okay. Ja, sicher, ja. Ja, ist klar. Kann ich ganz... Oh, solche, so weit. So weit kann ich gut, Alter. Ja, erst mal, erst mal das Letzte, da ich dir hier... Ich verbinde sie später. Ja. Sagt mal. Wie komme ich an den ran? Ah, okay, jetzt freut mich schon. Okay, jetzt freut mich schon. Ich bin noch ganz wenig gegen uns. Oh, ja. Ja, danke schön. Ich bin noch nicht. Das war nur ein klein kranker Mann hier Weg dann halt Ah, Kollege, du, ganz schön eng, ne? Oh, Gott, wir sehen uns mal, wir sehen uns mal, wir sehen uns mal, wir sehen uns mal Boah, war da knapp, hierzu Da war nämlich ganz schön weit weg Wie komm ich denn da hin? Ich will gerne an den Silberschlüssel Wie komm ich an den Silberschlüssel dran? Kein Plan Ah Alter, aber ich verarschen Ja, so sehr weiter denn Ich verlaufe mit diesen Kackrädern, ich mag die nicht Ich bin hier fertig Großartig Dann wollen wir mal Okay, hör zu Wir müssen die vier Leitungen mit den jeweiligen Servern verbinden, damit alles klappt Hast du verstanden? Alle vier verbinden Absterstanden Wo hast du gelernt, wie man das macht? Den Computerkram Hacken Gehen Sie Kontrolle Kontrolle? Die hatten wir wohl alle nicht, was? Ich hab mich immer gefühlt, als ob etwas fehlt Ich auch Es ist dieses stechende Gefühl im Innern Ich schätze, ich habe diese aufgestaute Energie versettet. Was hast du damit gemacht? Hab Dämonen getötet und rumgefögelt. Aber der Computer-Kram kommt auch in Ordnung. Ruhige Wasser Ruhige Wasser Ruhige Wasser Ruhige Wasser Entschuldigung, weil ich geruchig bin. Aber ich bin gerwig. Ruhige Wasser Da fehlt der Stern, dann habe ich da das Kann ich erstmal den darüber, ich habe keine Ahnung, also Rätsel Im Ernst, jetzt habe ich es Ne, ist falsch Noch einer Ja, der letzte vierte Oh ja Oh 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 Oh, okay. Nee, warte mal. Dann hab ich die drei. Ich jetzt ja ruhamache. Okay. Okay, wir sind bereit. Geht doch, Alter. Echt, ich stell mir sowas bei sowas echt hier mit an. Das geht mir schon für einfacher, aber ja. Du weißt, was du tun musst. Du laufst ihn heraus. Ich schließe das Höllentor mit dem Yamato. Dann erledigen wir ihn. Eine Idee, wie ich ihn anlocken soll? Wir haben sein Kind getötet. Mach ihn wütend. Verstanden. Aber... Versuch nicht ihn zu töten. Er ist unbesiegbar, bis ich das Höllentor schließe. Okay. Es wird ernst, Dante. Wir müssen einander voll und ganz vertrauen. Absolut. Und ohne zu zögern. Wir sind schließlich Brüder. Ja, sie sind immerhin Bruder, kann man sagen, ja. Das war die Mission mit Kackgräser am Ende. Und leichten Störungen in der letzten Folge waren er auch dabei. Ja, ich habe den Schlüssel nicht gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich an ihn reingekommen wäre. Savage! Ja, nächste Mission. Ja, ich muss ja mal einen Cut früher machen. Aber das klappt bei Mission 19. Das Angesicht des Dämones. Oder des Dämones. Ja, deshalb mache ich erstmal einen Cut nochmal hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin.